Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Elektronik hier bei EHIO. Wir haben bei der letzten Folge uns Sinus, Cosinus, Tangens angeguckt. Wir haben uns auch so den Einheitskreis hier ein bisschen angeschaut. Ich habe da so ein bisschen am Einheitskreis rumgedreht. Ihr wisst jetzt hoffentlich alle ungefähr, wo man dort den Sinus, Cosinus und Tangens aufzeichnen muss. Was wir noch nicht wirklich wissen, ist, wie man jetzt damit vernünftig was rechnen kann, was man im Taschenrechner cooles machen kann damit. Das schauen wir uns in dieser Folge jetzt erstmal an. Zuerst wiederholen wir einfach mal, damit ihr wieder wisst, was Sinus, Cosinus, Tangens überhaupt war. Dann gucken wir uns mal die Rechenregeln an. Wir müssen ja auch Umkehrfunktionen uns überlegen, wie wir halt damit wieder was anderes ausrechnen können, damit wir das bei den Gleichungen hin und her schieben können, diese Operationen. Und dann gibt es ein paar coole Beispiele, was wir im täglichen Gebrauch uns ganz oft quasi täglich uns überlegen. So wie hoch ist ein Kirchturm oder so. Das rechnen wir uns ganz gemütlich einfach mit Sinus, Cosinus, Tangens dann aus. Wir fangen also erstmal ganz gemütlich an und wiederholen grundsätzlich mal, was Sinus, Cosinus, Tangens war. Und dazu zeichnen wir uns natürlich wieder ein rechtwinkliges Dreieck auf. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck müssen wir natürlich erstmal uns die ganzen Winkel und Bezeichnungen hinmalen, damit wir wissen, wovon wir reden. Wir sehen hier oben unseren rechten Winkel, also einen Kreis mit einem Punkt hier drin. Wir zeichnen hier unten einen Winkel ein, der sich Alpha und wir zeichnen hier einen Winkel ein, den wir Beta nennen. Ich habe gesagt, die Kante, die dem rechten Winkel gegenüberliegt, nennt sich Hypotenuse, die nennen wir C in der Regel. Und die Katheten, die den Winkeln gegenüberliegen, nennen wir in dem Fall A, kleine Alpha gegenüber vom A. Alpha, kleines griechisches A, unser A für diese Kathete. Und die andere Kathete nennen wir B, gegenüber vom kleinen griechischen B, Beta. Nun betrachten wir uns mal diese Zusammenhänge Sinus, Cosinus, Tangens. Wir bleiben aber im Winkel Alpha und gucken uns das Ganze mal für den Winkel Alpha an. Sinus von Alpha wäre dann, wir haben ja gesagt, Sinus ist die Gegenkathete, also die Kathete gegenüber vom Winkel, in unserem Fall A, durch die Hypotenuse von unserem Dreieck, die Hypotenuse in unserem Fall C. Das wäre schon mal das Verhältnis vom Sinus, die Formel vom Sinus. Das Ganze beim Cosinus Alpha, ähnlich. Cosinus haben wir gesagt, ist die Ankathete, also die Kathete, die Seite, die an dem Winkel anliegt, in unserem Fall B, durch die Hypotenuse, also durch C. Und der Tangens, da hat man nur noch eine Möglichkeit übrig. Beim Tangens haben wir gesagt, das wäre Gegenkathete, also die Seite, die gegenüber des Winkels liegt, in unserem Fall A. Gegenkathete dividiert durch die Ankathete, die Seite, die an dem Winkel anliegt, also für unseren Fall B. Somit hätten wir jetzt schon mal das Ganze hingeschrieben und uns für den Winkel Alpha überlegt. Jetzt dürft ihr euch das mal kurz auf Pause stellen, das Video, und euch mal diese Zusammenhänge für den Winkel Beta überlegen. Also drückt auf Pause, überlegt euch das mal auf dem Zettel und dann vergleichen wir gleich, ob ihr das richtig gemacht habt. Wir betrachten also Sinus von dem Winkel Beta. Wir haben gesagt, der Sinus ist die Seite gegenüber, die Gegenkathete, also in unserem Fall B, dividiert durch die Hypotenuse C. Der Kosinus vom Winkel Beta wäre die Ankathete, der Kosinus ist Ankathete. Für den Winkel Beta liegt an diesem Winkel die Seite A an. Wir haben also Ankathete A durch Hypotenuse C. Und für den Tangens vom Winkel Beta haben wir Gegenkathete, also wir betrachten den Winkel Beta. Gegenüber vom Winkel Beta liegt B, dividiert durch Ankathete, Tangens vom Winkel Beta liegt die Ankathete A. Also B durch A. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen richtig hingeschrieben. Das wären unsere Zusammenhänge für den Winkel und so weiter. Jetzt kommt ein spannendes Thema, jetzt müssen wir das Ganze mal in den Taschenrechner eingeben. Das letzte Mal haben wir ja schon ein wenig gerechnet mit Sinus und Kosinus. Ich habe quasi einmal das Verhältnis der Seiten berechnet, 3 zu 5, und habe einmal den Sinus von dem Winkel 36,9 berechnet, den wir uns ausgemessen haben. So funktioniert das auch mit irgendwelchen grafischen Taschenrechnern. Also dieser TI30X oder so, wie das heißt. Da kann man genauso Sinus von 0 oder so eingeben, drückt auf Enter und kriegt dann das Ergebnis raus. Sinus oder Sinus von 90. Das ist dann da ganz gleich, wie ich es hier mit meinem Speedcrunch mache. Wer noch einen älteren TI hat, also TI30Eco oder so was in der Richtung, der geht einfach 30 ein und drückt dann die Sinus-Taste und kriegt dann dieses Ergebnis raus, wenn er ein Sinus von 30 zum Beispiel berechnen möchte. Nun sieht das Ganze allerdings so aus, dass wir verschiedenste Umformungen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere Funktion hinschreiben, Sinus Alpha gleich 3 zu 5, so wie wir es vorher hatten, dann können wir ja 3 und 5 bereits ausrechnen. Wir würden aber jetzt zum Beispiel gerne den Sinus wegkriegen hier links, weil man nämlich das Alpha gerne hätte. Wir wollen mal einen Winkel ausrechnen, nicht immer nur hier irgendwie ein Verhältnis, sondern wir wollen mal den Winkel selber haben. Das ist ein sehr häufiger Fall. Und dafür gibt es eine Umkehrfunktion und diese Umkehrfunktion nennt sich Arcus Sinus. Wenn wir also diese Umkehrfunktion Arcus Sinus benutzen, dann kriegen wir den Sinus auf der linken Seite weg. Wir haben links nur noch Alpha stehen und müssen die gesamte rechte Seite mit dem Arcus Sinus berechnen. Wir hätten also 3 durch 5 und das Ganze im Arcus Sinus drin. Der Arcus Sinus ist jetzt von Taschenrechner zu Taschenrechner unterschiedlich. In unserem Fall hier vom Speed Crunch kann ich es direkt eingeben, Arcus Sinus 3 durch 5 und bekomme dann diesen Winkel 36,9, den wir gehabt haben, bekomme ich dann hier quasi raus. Es gibt jetzt noch Taschenrechner wie eben diese neuartigen TIs, der TI 30X und so weiter. Da gibt es jetzt nicht diesen Arcus Sinus, sondern da nennt sich das Ganze Sinus hoch minus 1. Also da müsst ihr dann quasi statt Arcus Sinus diese Sinus hoch minus 1 Taste drücken. Ändert sich dann auch nichts. Beim TI 30 Eco ähnlich. Ihr habt dann quasi dieses 3 durch 5, kriegt dieses Verhältnis von 0,6 raus, habt dann also 0,6 am Taschenrechner stehen und drückt dann einfach die Second Taste und dann die Sinus Taste. Dann habt ihr quasi diesen Arcus Sinus und kriegt dann auch entsprechend diese 36,9 Grad als Ergebnis raus. Dieselben Funktionen natürlich auch beim Cosinus. Cosinus Alpha gleich B durch C, das Ganze wegzukriegen. Und um das Alpha auszurechnen, gibt es auch hier wieder die Umkehrfunktion. Wer hätte es gedacht, heißt gleich Arcus Cosinus. Also habt ihr dann hier Alpha gleich Arcus Cosinus von dem gesamten Term auf der rechten Seite. Und beim Tangens, dasselbe wieder dasselbe Spiel. Tangens Alpha gleich A durch B. Und die Umkehrfunktion heißt Arcus Tangens. Habt damit also auch Alpha gleich Arcus Tangens von A durch B. In der Formel dann drinstehen in der Gleichung. Wie gesagt, Taschenrechner technisch Sinus hoch Minus 1, Cosinus hoch Minus 1, Tangens hoch Minus 1. Das wären die Funktionen, wie sie im Taschenrechner eingegeben werden können. Und wie gesagt, ich brauche da keine Angst haben. Ob ihr jetzt hier Cosinus hoch Minus 1 tippt oder ob ihr diesen Bruchstrich hier eingebt im Taschenrechner, der macht es für euch. Ihr braucht euch da keinen Kopf drüber zu machen ansonsten. So, jetzt haben wir die Grundlagen. Jetzt rechnen wir uns mal ein paar coole Beispiele aus. Ich habe nämlich ein Entfernungsmesser und bin mal durchs Dorf gelaufen, habe mal den Kirchturm vermessen. Also, wer noch nie in Obardorf war, die Kirche hier sieht ungefähr so aus. Man hört so ab und zu im Video-Hintergrund, denn sie ist nicht allzu weit weg von meinem Büro hier. Und jetzt bin ich quasi hergangen, habe nichts anderes gemacht, wie ich habe einmal den Abstand von da, wo ich jetzt stehe, hierhin gemessen. Und einmal geguckt, wie groß ist der Winkel von da, wo ich jetzt stehe, hoch zur Kirche. Das Ganze sieht dann so aus. Also einmal hier auf diesen Punkt hier gemessen. 66,9 Meter Abstand. Und so ein Kreuz da oben da in Entfernung zu messen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil kriegt der Entfernungsmesser das hin oder nicht, das Kreuz zu erwischen, das ist ja nicht ganz so einfach. Hier hat das gerade zufällig vielleicht hingekriegt, ich weiß es nicht genau, ob die Entfernung stimmt. Aber er kann relativ gut den Winkel messen und der Winkel wären 33 Grad. Wir zeichnen uns also mal eine wunderschöne kleine Skizze hin. Wir haben also hier einmal unseren Kirchturm. Und nun habe ich die verschiedenen Entfernungen gemessen. Einmal von der Wand des Kirchturms zu mir und einmal von mir hoch zum Kreuz. Und was wollen wir jetzt ausrechnen, damit wir wissen, worum wir das eigentlich machen? Ich würde einfach gern wissen, wie hoch ist der Kirchturm. Und jetzt haben wir das Ganze natürlich ganz einfach hier schon mal zum Erkennen. Wir haben hier, auch wenn ich es nicht schön gezeichnet habe, aber wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ich habe diesen Winkel mit dem Entfernungsmesser gemessen, der beträgt 33 Grad der Winkel. Und wir haben hier unten unsere Entfernung gemessen, 66,9 Meter. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, was haben wir in dem Dreieck und was können wir für Funktionen benutzen, um das auszurechnen. Wir haben hier den Winkel gegeben. Wir haben hier unsere Länge gegeben. Wir haben hier den rechten Winkel. Das heißt, das ist die Länge von da, wo ich gestanden bin, bis zum Kreuz hoch. Das wäre die Hypotenuse. Zu diesem Winkel betrachtet wäre die Höhe der Kirche, Höhe H der Kirche, wäre unsere gegenüberliegende Seite, also die Gegenkathete. Und wir haben hier unten was gegeben, eine Kathete, die an dem Winkel anliegt, also die Ankathete. Jetzt müssen wir uns überlegen, haben wir eine Winkelfunktion, mit der wir sowas ausdrücken können, wie wir haben einen Winkel, wir haben eine Gegenkathete, wir haben eine Ankathete, richtig, wir haben den Tangens. Bedeutet, der Tangens von 33 Grad wäre Gegenkathete, also unsere Höhe, dividiert durch die Ankathete, also unsere 66,9 Meter. Wir wollen wohin kommen, richtig, wir wollen auf unsere Höhe H kommen, das ist unsere Gesuchte. Wir müssen also mal 66,9 und kriegen dann unsere Formel Höhe gleich Tangens von 33 Grad mal 66,9 Meter. Und wenn wir das Ganze jetzt im Taschenrechner einfach mal eintippen, Tangens von 33 Grad mal 66,9, kommen wir auf einen Wert von 43,45. bedeutet, 43,45 Meter bedeutet unsere Höhe der Kirche H gleich 43,45 Meter. Das wäre unser Ergebnis und somit haben wir ganz einfach mit unserer Tangensfunktion die Höhe des Kirchturms ausgerechnet. Das kommt ungefähr hin, ich habe auf der Homepage der Diözese nachgeguckt, die haben drinstehen circa 45 Meter. Ich meine, ich habe jetzt hier nicht ultimativ genaue Gradanzahlen, das müsste man vielleicht genauer machen. Aber man sieht schon mal, man kann so ganz, ganz praktisch ein Beispiel schon mal ausrechnen, wie hoch ein Kirchturm ist. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Und zwar bin ich direkt nach meinem Spaziergang zur Kirche auf meine geliebte Auerburg hochgegangen. Das ist quasi so eine kleine Erhebung hier bei uns mitten im Ort, wo früher mal eine Burg drauf stand. Und dann dachte ich mir so auf dem Weg da hoch, boah, ja, schöner Ausblick nach Oberaudorf. Aber eigentlich würde mich mal total brennend interessieren, wie viel Höhenmeter ich jetzt bereits zurückgelegt habe. Ich bin quasi hier hochgegangen, hier unten geht der Weg los. Die Straße hier unten ist ungefähr eben, also die hat kein großartiges Gefälle. Und hier links hinten seitlich geht der Weg hoch. Und jetzt dachte ich mir an der Stelle, wie viel Höhenmeter habe ich denn schon eigentlich zurückgelegt. Ich habe also wieder ein Entfernungsmesser ausgepackt und habe hier an diese Stelle hin gemessen und bekomme dann einen Winkel von minus 26 Grad und eine Entfernung, das geht nämlich da wieder relativ gut auf eine Straße hin, eine Entfernung von 66 Meter. Das zeichnen wir uns jetzt mal wieder in einer kleinen schönen Skizze auf. Ich bin hier quasi auf meinem Berg oben und hier unten ist die Straße. Und jetzt habe ich mit meinem Winkelmesser hier runter gemessen auf die Straße, habe dann quasi diese Höhe, die ich gerne wissen möchte, diese Höhe, die ich zurückgelegt habe, die Höhenmeter, und habe hier noch eine Linie, die wir einfach mal einzeichnen, damit wir einen Dreieck kriegen. Und was erkennen wir jetzt schon wieder sofort? Praktischerweise, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und der Winkel, der hier angegeben wird, diese minus 26 Grad, wo finden wir die nun? Da müssen wir uns jetzt mal kurz was überlegen. Ich gucke ja hier in diese Horizontale, das wären 0 Grad für den Winkelmesser. Das bedeutet, diese minus 26 Grad zeigt er mir hier an. Ich gucke nach unten, diese 26 Grad. Und wenn der Winkel hier minus 26 Grad hat, hat auch der Winkel hier 26 Grad für uns. So, dann können wir uns mal überlegen. Wir haben eine Länge angegeben von 66 Meter. Die rote Linie beträgt 66 Meter. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wir haben einen Winkel. Wir haben einen rechten Winkel, gegenüber haben wir die Hypotenuse. Wir haben die Höhe gegenüber vom Winkel, die wir gar nicht berechnen würden. Und natürlich haben wir dafür auch was zur Verfügung, nämlich unseren Sinus. Sinus 26 Grad gleich Gegenkatheter. In unserem Fall die Höhe, die wir ausrechnen wollen. dividiert durch die Hypotenuse, unsere Hypotenuse, 66 Meter. Und dann wandeln wir das Ganze wieder um. Wir multiplizieren mit unseren 66 Metern und bekommen dann unsere Höhe von Sinus 26 Grad mal 66 Meter. Und das Ganze geben wir natürlich wieder 1 zu 1 in den Taschenrechner ein. Sinus 26 Grad mal 66 Meter. Es kommt raus 29,93. Wir haben also circa 30 Höhenmeter zurückgelegt. So einfach kann man zum Beispiel Höhenmeter mit einem Entfernungsmesser und mit Hilfe vom Sinus berechnen. Nun üben wir noch die Umkehrfunktion, damit wir die auch noch mal geübt haben und damit ihr seht, wie die funktioniert. Dazu habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. Ich habe uns mal ein Haus hingezeichnet. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie groß die Steigung von dem Dach von diesem Haus ist. Das ist also der Winkel Alpha hier von dem Dach. Wäre mal interessant, einfach wenn man selber ein Haus hat, kann man das relativ einfach nachmessen, wie viel Grad diese Steigung hat. Dazu nimmt man einfach mal eine Wasserwaage, so eine Standardwasserwaage mit 80 Zentimeter Länge und legt die oben genau passend aufs Dach auf. Wenn die dann exakt in der Waage ist, kann man hinten mit einem Meterstock, Zollstock oder was auch immer gerade runter messen und kriegt dann in dem Fall zum Beispiel 30 Zentimeter als Länge von der Unterkante Wasserwaage hier unten zum Dach. Nicht maßstabsgetreu, ich weiß. Wir haben hier einen rechten Winkel und wir haben hier den Winkel Alpha, der, da wir ja hier zwei parallele Linien haben, auch hier unten sich befindet. Das heißt, der Winkel Alpha hier oben ist gleichzeitig die Steigung unseres Daches. Wir gucken uns mal an, wir haben hier die Länge 30 gegeben, wir haben den Winkel Alpha, wir haben diese Länge mit 80 gegeben. Haben wir da irgendwas, was wir verwenden können? Winkel Alpha, rechter Winkel hier, das heißt die Hypotenuse wäre die Länge vom Dach, die haben wir leider nicht gegeben. Aber wir haben die Gegenkathete mit 30 Zentimeter gegeben und wir haben die Ankathete mit 80 Zentimeter gegeben. Bedeutet, wir nehmen unseren Tangens, Tangens von Alpha gleich 30 Zentimeter durch 80 Zentimeter. Da sieht man jetzt auch gleich schön, die Einheiten passen zusammen, wir können die Zentimeter praktischerweise rauskürzen. Und nun wollen wir zu unserem Winkel Alpha kommen und müssen dazu den Arcus Tangens verwenden. Der Arcus Tangens also, Alpha gleich Arcus Tangens von 30 zu 80. Und das geben wir jetzt wieder in unseren Taschenrechner ein. Arcus Tangens von 30 zu 80 und erhalten dann ein Ergebnis von 20,56. Das ist gleich 20,56 Grad. Das bedeutet als Ergebnis, die Steigung unseres Daches beträgt 20,56 Grad als Ergebnis. Ja, ich hoffe die Beispiele haben euch gefallen und ihr konntet damit ein bisschen ein Gefühl kriegen jetzt für Sinus-Kosinus-Berechnen am Taschenrechner. Und wenn es euch gefallen hat, haut es einen Daumen nach oben rein. Ansonsten, wir sehen uns auch wieder nächste Woche. Vergesst nicht zu abonnieren, damit es kein Video verpasst. Wir gucken uns nächste Woche bei der nächsten Folge an, was man jetzt mit dem Sinus machen kann. Gerade in Bezug auf die Elektrotechnik. Was gibt es da für Größen, die in der Elektrotechnik relevant sind? Ja, reinschauen lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.